Wir machen mal die unteren zwei Äste, machen wir weg, dass das Spiel ein bisschen da ist und dann passt der besser das rein, dann hält der auch. Dreh mich noch warum. Nein, da muss ich gerade stehen. Halt mal fest, dreh dich rum. Bleib da oben stehen. Nichts, Henning. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's auch nicht gesehen. Ach, der muss ja auch nicht. Ach, der ist schlecht. Stell den Baubon nicht oben drauf. Ja, stell den mal hin und dann drehst du dich nochmal. Was war denn jetzt? Wer ist reingefallen? Wer ist reingefallen? Wer ist reingefallen? Wollen wir die unten dran zuerst abmachen? Ey, du kannst den Zipper doch keiner, der Achsen die Hand geben, das geht gar nicht. Telefonieren. Das ist wichtiger. Hallo. Während der Ausbildung wird nichts passiert. Neuro. Guten Morgen. Hallo. Neuro. 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 Neuro.